Dass Island fünf Millionen Einwohner hat. Da müssen alle älter als fünf Jahre mindestens drei Stunden Handball ernähren. Täglich. Habe ich auch gehört. Die anderen Mannschaften müssen halt die schwachen Momente der Isländer ausnutzen. Gleich noch mal das Lied, das Valper Gugriotson für die isländische Handball-Nationalmannschaft geschrieben hat. Hören geht ab der Hand raus, der da Gelsvenson und Gries, der an Aras von Vormai geht. Mach mal habe ich das Gefühl. Der Ole Stefansson ist überzeugerlich mit dem Werfen. Ja wir geben und sie geben und sie geben und sie geben und sie geben uns ihr Bestes. Konzentration wie Snorri Stein. Island Guggenvalur. Alexander Petters. Arno Adler. Das ist ein schneller Typ und du bist so schnell wie der. Ich meine, ist ein guter Handballspieler. Ey komm ey, 7-0. Wir streuteln alle die蘹�14. Wir streuteln alle die� Perry hop. Wir streuteln alle dieomineschärnten. Wir streuteln alle die- επ füridede послед Tradition. Also das einzig gute an den Islandern ist der Fussikreis Mitte, dass das mal klar ist.